Das Besondere hier an Weingarten ist der Standort erstmal von der PH. Durch den kleinen Campus haben wir kurze Wege, man trifft viele Kommilitonen und wächst schnell im Fach zusammen. Musik Sie haben ein deutlich breit gefächertes Studium. Sie werden Unterricht haben in schulpraktischen Fächern wie schulpraktischen Orangieren oder Ensembleleitungen. Sie werden Unterricht erhalten in künstlerischen Fächern wie Gesang oder auch Ihrem Instrument und natürlich auch in den wissenschaftlichen Fächern wie Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Sie werden Teil einer großen Gemeinschaft von Studierenden. Wir haben ungefähr 130 Studierende gerade bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auf neugierige, offene Menschen, die gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Wir freuen uns auf Sie. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017